was ihr macht. Und ich hoffe, ihr macht etwas auf einem Wege, der euch nach vorne bringt. Und nicht zu vergessen, die Zeit, die Zeit läuft. Jeden Moment ein anderer. Deswegen sollten wir die Zeit nutzen. Ja, die Zeit nutzen, ja. Um zu ballern. Diesen Weg weiter im Blick zu haben und uns vorzubereiten, nach der Pause, diesen Weg vorzugehen. Meine lieben Zuschauer. Einfach Uwe 42. Mein Lieblingsdrehmann. Kann ich ein großes scharfes S machen? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich wollte süß schreiben, aber so komisch. Das geht nicht. Ich mache eine Zugabe. Nein. Wir hören uns noch einmal an Nicole an. Was? Tschüss, jetzt nein, nein. Was macht ihr? Also jeder, der noch einmal an Nicole hören möchte, dann kann er gerne noch ein paar Minuten hier bleiben. Was? Marius! Marius! Just a drift. Boah, ich habe fast das runtergebrochen. Ich habe fast das runtergebrochen. Ich habe jetzt angefangen, das war trotzdem. Oh nein. Schallah, Marius! Welchen Willlock. Okay, was macht der? Dimbo. Wie habt ihr... Wie ist das? Hallo, Leute. So wie bist du? Ich bin zu spielen. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Warius. Ich werde mir meine Fotokarten abnehmen. Ich kann gar nicht... Wo ist der Link? So I made it into the CV, oh actually it's quarterfinals. Koba, 2 Nons, and a Tracker as well, that was very close to Germany. Danke. Fuck, avatars. Alright, so we are in, we're having a double, we're having a yellow line in the middle. Sounds like a Spanish location, but hey, how are you doing dude? You can join X-Game for sure, this is the party link, and thank you so much for joining my channel, Aira. And you are very welcome here, very welcome. Let's look around, are we in Brazil maybe, maybe weird Mexico, Yucatan? My first vibe was Brazil, but the plates? I don't know, will it be Mexico? Or am I tripping my ass? I might be tripping. No, it was, it was Mexico, alright, so I'm not tripping. Wise Bulls, hold on, and Debra as well. And Knowledge, how are you doing dude? Welcome in, welcome in. Hope you're having a lovely one. Okay. So nice, I see your name over here. What, another Austrian round? Alright, we don't have the like, the nipple, the add on top of it, so I don't know if it's actually Austria one. Does that look like Slovenia? Not so much. Maybe. Am I tripping? No, it's just a safe, safe Austrian, huh? Should be. Oh, Jimbo, no, you guessed on top of me. That's fine. Well done. Juice and Treka. Well done. Not all rocket, by the way, there is two more countries right now with a low cam. In case you haven't played Geo for a bit. No, it wasn't a low cam. No, 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 it wasn't. And Debi, what are you doing dude? What? Reddish, number plate. What? Ah, bonerier. I'm colorblind, dude. I cannot see colors. And we should be in Russia, by the way, with that bollard spam. What, which ones? Sri Lanka and which other country has a low cam now? Sri Lanka and one more country. Sri Lanka and Taiwan have it sometimes. Sometimes, though. Alloney, just make me mettre a little Pendleton. Hä? Hast du da doch ein Schild gesehen? Ach, Mann. Okay,angen you deswegen? Ja, einfach nicht essen. Ich hab' ihm jetzt einfach einen Free gegeben. Machen wir so. Okay. Weil so gut bin ich. Was ist das denn? Gebt nicht zu dem Schild. Ah, Philippin, okay. Ich habe ihm zwei, drei Guesses gegeben und jetzt baller ich. Ich habe ihm zwei, drei Guesses gegeben und jetzt baller ich. Ich habe ihm zwei, drei Guesses gegeben und jetzt baller ich. ich check gar nichts was macht er was macht er denn was macht er kann er wieder oder ich gehe mal woanders hin als japan oder ich gehe einfach in japan und schauen ob es richtig ist weil ich habe keinen plan ob es genau richtig ist aber sollte japan sein also keine ahnung von den autos her man kann das einfach nicht sagen die rechts waren allerdings aber er hat nicht er die zwei punkte die sie folgen die warte maler okay healing ganz wichtig irgendwo anders hin wo mehr ist weil ich eh nix sehe und es lädt hier vielleicht okay taiwan taiwan keine ahnung keine ahnung das ist eh nur healing also scheiße jetzt was japan ach man das ist jetzt er zweimal nicht gegessen jetzt ballert er 1,5 damage aber ich mache direkt england das ist wahrscheinlich doch england ich habe mir gedacht dass irgendwie kann es nicht ich habe mir gedacht ich habe irgendwie keine ahnung egal okay okay das war's habe ich ja ich habe acht minuten tschüss das war's habe ich ja ich gar nicht